3, 2, 1, Willkommen zurück bei Emperion Galactic Survival Ich will jetzt erstmal das Loch so weit erweitern, dass ich besser rauskomme Schotter, führ mich zum Schotter antkommen auf Schotter, führ ich geben So. Mit dem wir in der letzten Folge mehrmals gestorben sind, in diesem Loch fest hingen und eine Spinne da war, später dann ein Rabftor noch, werde ich mir zumindest die Möglichkeit schaffen, schnell aus so einem Loch zu entkommen beim nächsten Mal. So. 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 Okay, hier ist der Himmel. So. 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 Ich muss mal kurz in der Steuerung schauen. Steuerung Vorwärts, Links, Rotieren Wenn ein Inventarkart ist Lichter T T oder P Es gibt den Falk, Verwärts Das ist shearst du Wie geht dir das ab? Ja Bist du? Wartung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hopp 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwelche Pflanzen finde ich jetzt im Dunkeln hier wohl nicht. Schauen wir mal, was haben wir denn noch so verdorbene Lebensmittel? Technikbäume, diverse Werkzeuge, ich will ein tragbares Arbeitslicht freischalten. Gut, wir rennen mal zur Basis. Mal gucken, ob wir das blöde Arbeitslicht bauen können. Mal gucken, ob wir das blöde machen können. So, ich beende erstmal diese Folge mit 3, 2, 1. Tschüss und schau bis zum nächsten Mal.